So, was hattet ihr in euren Rewards? Ich würde sagen, wir starten auch in die Rewards rein, machen gar nicht lang rum. Heute gibt es nur ein Ziel, den wir ziehen müssen in den Rot. Wen? Daniel. Didavi. Der ist heute unser einziges Ziel. Ich habe noch gar nicht wirklich was so im Ding. Was gibt es denn überhaupt? Ich glaube, so gut ist es wirklich wieder nett. Gestern kurz reingeguckt. Bruder, Daniel. Daniel. Wie komme ich auf Daniel? Didavi. Der heißt nicht Daniel. Wie komme ich auf Daniel? Erzähl mal bitte, wie komme ich jetzt wieder auf Daniel? Was habe ich jetzt wieder für einen Furz in meinem Kopf gehabt, als ich sage Daniel? Das ist ein Daniel. Wie, Bruder, wie? Das ist ein Daniel. Oma, res. Bruder, wie? Sag mal, wie komme ich auf Daniel? Ich weiß nicht, ich hänge aber auch gerade voll bei Daniel fest. Warum habe ich Daniel? Warum habe ich Daniel im Kopf? Wer heißt doch Daniel? Wer heißt Daniel Didavi? Was meinst du jetzt gerade? Habe ich gerade einen Hirnschlag oder was? Hä? Ich verstehe auch gar nicht, was du willst von mir. Habe ich gerade einen Hirnschlag? Daniel Didavi. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was er gerade will. Ich habe einen Scheiß-Hirnschlag, glaube ich. Ich denke gerade, hä, bin ich jetzt auch gerade so blöd, hä? Ich überlege, wie er heiß war. Heißt doch Daniel Didavi. Ach komm, haltet mal euer Maul. Haltet einfach euer Maul heute. Okay, Freunde, der Typ ist durch, neben mir ist absolut durch. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Kerl, vergiss das, vergiss das, hallo. Hallo. Ich war jetzt bei David Didavi, alle. Daniel Didavi, ich... Ich war auch gerade etwas verwirrt. Okay, jetzt vergessen wir es, machen wir einen Hage dran. Okay? Wir haben 225 K-Sets und 200 K-Sets. Ja, 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 ja. Alter, Heim ruft. Kannst du mit dem Steini, gehst du mit WLAN? Steini hast du auch ein Bett frei in deinem Zimmer, Bruder. Ich bin komplett lost hier, nimm das Scheiß, Diggli, ich bin durch. Freunde, eins oder zwei. Warum machst du jetzt den Gamer-Bruder weg? Willst du mit dem rein? Da gibt es nur einer jetzt, der hilft. Eins oder zwei. Egal, zählt nur der David, ne, David. Warum war es mir schon wieder so klar, dass ich wieder die zwei mache, äh, zwei. Warum kommen bei mir immer nur zwei und dass ich die zwei einfach nur sehe? Mach heute mal was Verrücktes. Oh! Da ist er doch! Da ist er doch schon! Aber ein paar Schuhe ist auch noch zu verkehren. Hör auf! Daniel! Da haben wir ihn doch! Alles erfüllt schon. Nehme ich mit, ne? Ja, M-Lapa. Warum denn? Ich nehme dir Daniel mit. Ich nehme dir Daniel mit. Ich wollte M-Lapa-Musee. Ich musste Daniel mitnehmen. Oh! Geht klar, der Luis Alberto. Joaquin. Boah, hat auch starkes Ding gemacht. Wer? Joaquin. Joaquin. Alter, was ein Strahl. Alter, was ein Ding. Gutes Ding. Was ein Strahl. Aber eigentlich musst du Kalou mitnehmen und Discard für Benji. Wer nimmt mit? Geht's? Cherry haut in Fünfer raus. Glückwunsch zum Schlaganfall, Daniel. Teasin, Bürostream und Käffchen. Gibt nichts Besseres. Dankeschön. Bibo-Fifa kommt hier bitte rein. Dankeschön. Danke, Bratan, für diese Reit. Wer nimmt mit? Kalou den Fickfenster. Ne, können wir nicht machen. Der Alberto nimmt immer mit, oder? Ich meine, wir geben ja eh wieder alle Rote in unserer S-U-Brenn ab. Geht's drauf. Geht klar, geht klar. Penis Pumpe auf den Zwoar raus. Wer einschläft mit Popo, die kratzt, der aufwacht mit Fingertisch stinkt. In diesem Sinne auf einen schönen Stream. Danke, Bratan. Danke für diese Reit. Und dann haben wir auch hier noch ein bisschen was am Start. Gehen wir es mal hier hin. Das sind die Fickfetze. Der macht jetzt mal weg, da. Scheiße, weg. Kannst du dich so entfalten, wenn du Mario da hinten chillt? Das ist halt worst case, wenn die Pfeife umfällt und Mario auf den Fuß. Ich werde, glaube ich, anfangen ein bisschen zu weinen. Alter, was ein Diebe-3D-Effekt, alter, gell? Richtig geil. Oh, diese Reit hört ja gar nicht auf. Danke. Bratan, danke. Hier, nehmt ruhig, ich muss Kohle riechen bei Mario. Ja, bringen wir da weg, Mario, oder? Bleibt er heute da. Seid ihr zusammen? Oh nein. Es geht sogar auf heute, ne? Jeder ein 125er, jeder ein 100er. Schön, müssen wir uns gar nicht drum prügeln. Oh, was ganz Neues. Wer sitzt da hinten? Mario Gomez? So, guck mal, was haben wir denn hier? Oh, ja, sieht echt gut aus. Fangen wir mit denen doch an, oder? Gönn dir. Komm, Freunde, starte mal, erstes Pack. Kein Walkout. Die choken so rein. Schöne SBC-Karte vom Jonas. Oh, geil. Andrade-Karte. Ja, SBC, kannst du direkt reinwandern. Schön, Andrade, der Bruder. Oh, wow, ist okay. Ist ja noch was wert, der Bruder hier. Ah, guck mal, geht klar, ne? Sind so 83er was wert? Ah, müssen wir alle tauschen, aber. Oh, ja. Das sind keine 125er, das sind das 125er, ja? Und bitte einer hoch. Bitte einer hoch für die Stacey. Ach du Scheiße. Kennst du die Stacey? Ach du Scheiße. Kennst du das geile Luder, die Stacey? Dass dir das ein peinliches ist. Das war die Stacey, in der wir auch direkt diskadet haben. Kennst du die geile Stacey? Guck mal, wir haben 16 zu 9 Format hier bei uns. Nehmen wir einfach mal so mit, erst, oder? Ah, jo. So, Brahimi kannst du tauschen, kannst du dann draufstellen. Niklas, schreibt rein, 16 plus 19, 28, ah ja. Digga, es gibt einen offiziellen Counter, wo alle draufkommen. Und es gibt einer, wenn wir jeder gleichzeitig Packs ziehen, dann zählt es auch auf unseren Counter. Ist aber einer, der jetzt zum Beispiel, wie ich, am Dienstag, wo jetzt hier 10 SPC-Packs hat und hab die durchgängig aufgemacht, dann darf ich die mir ja nicht auf meinen Timer draufschreiben. Deswegen mach ich jetzt ja gleich das Pack auf. Nur, wenn es wirklich beide fair ins Battle gehen. Wow. Das ist der Kusin von Nakata. Wow. Da musst du jetzt aber einen Walkout eigentlich da draus haben, oder? Vier von denen Knallers hätte es keinen Walkout Ehre genommen. Das ist der Maximilion. Eisern Union, Jungs. Danke für den Pimper. Na, 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 na. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Illuminati, Alter. Mario? Der kommt jetzt wieder weg, ne? Geh. Geh, Mario. Ich hab schon zwei bestellt. Guck. Was mit brauchst du eigentlich? Die können auch noch mitspimen lassen. Nein, Mann, was willst du denn mitspimen lassen? Ja, keine Ahnung. Du brauchst immer einen Dumm. So, für Kopfbauen. Mir geht es so viel Eier, dass es nicht einfach so hoch lutscht. Aber lutschen ist ja an sich nie, äh... Wenigstens lutsch ich gut, Alter. Nie schlecht so. Ja. Das ist Urschloch. Habs Passwort gesehen? Ja, Passwort ist, ich fick eure Mütter. Hahaha. Wie war denn das Passwort, Männer? Schreib mal rein. Ja, du musst dir gerade eben verraten. Ach so, Scheiße. Ist dein Ernst? Willst du dich jetzt wirklich auf diese bestialische Weise wieder hochlutschen? Ja. Wo dein Kumpel in Berlin ist, willst du dich hochlutschen? Ja, wenn der denn nach Berlin fliegt, ist es auch sein Problem. Scheiße. Hahaha. Kann ich jetzt auch, ne? So. Hm, nee, ich möchte nicht, dass man meine Rewards sieht. Abfahrt. Hahaha. Gönn dir. So. Normalerweise bringe ich es immer als Video, ne? Ist hier ein Verlust, ich möchte es bitte bezahlt haben. Außerdem ist heute Feiertagsbonus. Oh, ja. Jawoll. Gold Eis. Ist krass, oder? Geile Rewards. Gönn dir, ne? Das Team of the Week ist auch heftig aktuell. Hauptsache, da krieg ich Daniel. Aber das ist voll entspannt, wenn ich mal im Stream die Rewards sehe. In den Videos muss ich mich immer voll anstrengen, das irgendwie auf 11 Minuten zu bekommen. Ach sie, ne? Okay. So, hier ist halt jetzt relativ, relativ entspannt. Wisst ihr, was wir machen können? Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck und die beiden, die gewinnen, dürfen meine Playerfix-Team. Okay, das ist ein Spiel, oder? Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, ihr seid schon mal raus. Ja, wir waren. Ja, wir dürfen. Ah, ja. Fang du an. Gute Kombination. Eins oder zwei. Zahl 19. Was wollen sie nur Zahl 19? Wie bitte? Mein Passwort ist PWA 19. Ah, okay. Eins oder zwei. Okay, mache ich die Eins. Okay. So, Broski, ne? Bist du bereit? Ich schlafe bei euch. Ich kann aber nur die Davi. Machen, Mares. Oh, ha. Ich geh voll fit. Ja, Digga, da ist der Beste da draus. Wer denn? Share. Digga, share. Was hab ich gern gemacht für dich? Digga. Hab ich gern gemacht für dich hier, ne? Jetzt noch ein Mares hinter... Oh. Schnell abgestoße. Jetzt noch ein Mares. Oh. Hey, du musst aber die Davi auf Ehre nehmen. Aller Digga, 2,87er. Mashallah, Alter. Gold 1. Mashallah. Wie groß ist der? 1,84. Okay. Ab in die Tonne. Jetzt besser hätte er Daniel mitgenommen. Aber der share sieht ganz gut aus. 76 Antritt, ne? Guck mal. Sprungkraft, Kopfball. 88 Stärke. Das ist mein Mann. Stärke hab ich auch. Ausblend. 20 Prınız. Wohin. Tschüss. Musik. Srot. grape来.